Proxima Centauri. Dieser rote Zwergstein ist unser nächster stellaren Nachbar, denn er befindet sich nur etwa 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Vor rund zwei Jahren konnten Forschungsteams einen erdähnlichen Planeten auch spüren, der Proxima Centauri in seiner habitablen Zone umkreist. Proxima Centauri b gilt somit bislang als der erdnächste Exoplanet. Doch er ist möglicherweise nicht der einzige Begleiter von Proxima Centauri. Existiert dort möglicherweise ein zweiter Planet? Und wenn ja, wie können wir ihn uns vorstellen? Clixoom Science & Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Bei dem neuen Proxima Centauri c könnte es sich um eine supereisige Welt mit rund 6 Erdmassen handeln. Hat unser nächster Nachbar, der rote Zwergstein Proxima Centauri, neben dem Exoplaneten Proxima Centauri b tatsächlich einen weiteren bislang unentdeckten Begleiter? Das legt zumindest eine aktuelle Analyse eines internationalen Astronomie-Teams nahe. Dazu der Wissenschaftler Mario Damaso. Wir freuen uns, den ersten Blick auf das zu ermöglichen, was wir für einen neuen Planetenkandidaten im Orbit von Proxima halten. Wir haben es Proxima c getauft. Die Fachleute hatten bei ihren Beobachtungen vor allem die leichte Hin- und Herbewegung des Sterns im Visier. Denn dieses Taumeln legt nahe, dass er unter dem gravitativen Einfluss vom Planeten steht, die ihn umkreisen. Die Forschenden konnten in ihren Modellen zeigen, dass die Sternenbewegung selbst dann eine periodische Unregelmäßigkeit aufweist, wenn der Einfluss von Flares, also Strahlenausbrüchen und dem bekannten Planeten Proxima Centauri b berücksichtigt wird. Durch Anwendung der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode kam das Astronomie-Team zu der Erkenntnis, dass ein Gesteinsplanet den roten Zwergstein umkreisen könnte. Diese Methode eignet sich sehr gut, um Planeten zu entdecken, dafür wird die Radialgeschwindigkeit der Sterne in Bezug auf die Erde gemessen, um die hypothetischen Planeten kreisen könnten. In bestimmten zeitlichen Abständen werden dafür hoch aufgelöste Spektren des Sterns aufgenommen. Denn durch die Zusammensetzung eines Sterns und seinen lichterzeugenden Prozessen entstehen ganz charakteristische Spektren. Daraus können Fachleute dann sogenannte Dopplerverschiebungen herausrechnen, wenn sich die Geschwindigkeit des Sterns in Bezug zur Erde ändert. Und das wiederum lässt Rückschlüsse auf die mögliche Existenz von Planeten zu. Weiterhin sind in die Analysen auch Messungen des HAARPS-Spektrografen des Lassilla-Observatoriums eingeflossen. So kam das Astronomie-Team also auf den hypothetischen Planeten Proxima Centaurici. Dieser wäre den Berechnungen zufolge möglicherweise etwa sechs Erdmassen schwer und somit eine Supererde. Zudem ist er extrem kalt. Flüssiges Wasser ist hier wohl nicht zu erwarten, dazu der Astrophysiker Fabio del Sordo. Wir schätzen, dass die Oberflächentemperatur von Proxima Centaurici nur etwa 40 Kelvin beträgt. Umgerechnet sind das minus 233 Grad Celsius. Die Analyse der Forschenden zeigt also ganz deutlich, falls Proxima Centaurici tatsächlich existiert, wäre Leben auf diesem Planeten wohl nicht möglich. Und noch mehr konnte das Forschungsteam herausfinden. Die Umlaufdauer des Gesteinsplaneten würde fünf Erdenjahre entsprechen und zwar in etwa demselben Abspann, wie der Mars die Sonne umkreist. Bei dem erst 2016 entdeckten Planeten Proxima Centauri b ist das anders. Er ist mindestens 1,3 mal so massereich wie die Erde und vielleicht sogar warm genug, dass dort Leben existieren kann. Doch warum ist solch ein Schwergewicht wie Proxima Centaurici nach seiner Entstehung nicht ins Innere des Systems gewandert? Möglicherweise, weil unsere derzeitigen Vorstellungen über die Entwicklung von Planeten einfach nicht stimmen und diese dringend überarbeitet werden müssen. Doch bevor die Existenz des hypothetischen Proxima Centaurici bewiesen werden kann, sind auf jeden Fall noch weitere Daten und Auswertungen notwendig. Auch das verantwortliche Forschungsteam unterstreicht das noch einmal. Dazu Fabio de Sordo. Der Nachweis ist sehr schwierig, wir haben uns oft selbst gefragt, ob das ein echter Planet ist. Aber eins ist sicher, selbst wenn dieser Planet nur ein Luftschloss ist, sollten wir weiter daran arbeiten, ihm ein festes Fundament zu verschaffen. Beispielsweise könnte die ESA-Sonde Gaia dabei helfen, mehr Details zu der Taumelbewegung von Proxima Centauri zu bekommen. Zukünftige Teleskope könnten den potenziellen Planeten nach Ansicht der Fachleute vielleicht sogar direkt beobachten. Doch das mysteriöse Taumeln des Sterns Proxima Centauri erlaubt auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten. Denn diese Hin- und Herbewegungen könnten nicht nur durch ein Schwergewicht wie Proxima Centauri c hervorgerufen werden, sondern auch durch die Existenz mehrerer leichterer Begleiter. Dafür spricht auch die Theorie, dass sich Systeme von vielen kleinen und felsigen Planeten um massearme Sterne bilden. Auch Informationen, die das Radioteleskop ALMA geliefert hatte, sprachen bereits dafür, dass sich mehrere Planeten in dem Proxima-System befinden. Neue Studie zeigt, außerirdisches Leben könnte ganz nah sein. Da geht es nämlich um Proxima Centauri b, der laut Studie lebensfreundlich ist. Hammer! Also anklicken, anschauen und Neugierzone sehr cooler Science-Kanal abonnieren. Bis dann, bleibt dran!